Ja und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute erfahren wir meine Fracht von San Jose. Papier in einem schönen Peterbilt und einem Drive-Vent Trailer nach San Francisco. Das sind nur 70 Meilen. Trotzdem wie gesagt möchte ich ein bisschen hier die Gegend aufdecken und sind 25.000 Pfund. Von daher würde ich sagen starten wir gleich mal. Und fahren los. Soll ja nicht allzu lange gehen hier dieses Video. Ausser ich kann wieder nicht parken. Wie in der letzten Folge. Werden wir gleich sehen. Doch da vorne ist der Ausgang. Sehr gut. Und es ist gerade 12 Uhr in der Nacht. Okay. Hier gibt es leider ein paar sehr viele Missing Textures wie es aussieht. Da wurde wohl doch noch ein bisschen was verändert. Weil von gestern auf heute gab es auch wieder ein Update für den ATS. Für die Beta. Von daher sind sie wahrscheinlich immer noch ein bisschen was am Verändern. Und was mir jetzt schon mal auffällt, ist die Reflexionen in den Fenstern. Ich weiss nicht, ob das vorhin wirklich auch schon so sehr so stark war, dass man das gesehen hat. Fällt mir zumindest jetzt gerade auf. In den ganzen Häusern. Bei den Scheiben gibt es diese Missing Textures. Naja. Müssen wir jetzt damit klarkommen? Ist ja nicht allzu schlimm. Fällt bloß ziemlich auf in der Nacht. Vor allem. Junge, Junge. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. zurück. Keep right. And then turn right. Turn right. Go straight. Keep right. Ich glaube, die haben was in der Reflexion geändert. Oder auch bei den Lichtern. Oder auch bei den Lichtern. Oder auch bei der Lichtern. Oder auch bei der Lichtern. Ah, zunächst haben die Links grün und dann kommen wieder wahrscheinlich an. Da halte ich jetzt nicht an, wenn da nichts kommt. Wie schon tausendmal gesagt, ich finde diese ganzen Stoppschilder überall unglaublich übertrieben. Ich meine, da könnte man einfach ein Giveaway sein hinpacken und gut wäre es. Aber nein, Hauptsache überall einfach Stoppschilder, dass man ja irgendwie alle fünf Meter anhalten muss oder soll, was im echten Leben eigentlich fast niemand macht. Weil es eben einfach so nervig ist. Keep left. Es war ein bisschen knapp. Aber es musste leider gerade so sein, sonst wären wir da falsch gefahren. Okay. Keep right. Exit. Und dann exit right. Exit right. Okay, gut, das sind zwei Exit. Keep left and then turn left. Turn left. Turn left. Das ist richtig FPS. Hat was. Ich muss sagen, sieht alles ziemlich cool hier aus. So haben sie wirklich gut gemacht, die Überarbeitung. Wirklich sehr viel interessant und wahrscheinlich auch akkurat, hör. Go straight. Es ist nicht so gut. und gleich sind wir auch schon da wir liefern das ganze zu shippers sagt mir jetzt auch nichts wie es da aussieht da war ich bestimmt noch nie wahrscheinlich auch was vom hafen jetzt müssen wir leider halten da die cops da sind wieder in den hafen wieder in den hafen hinein das spielt wahrscheinlich keine rolle sieht leider echt nicht schön aus mit diesen ganzen missing textures das ziemlich häufig vorkommt oakland shippers der hafen von oakland der ist auch ziemlich gross den sieht man eigentlich auch wenn man über die baybridge fährt ich glaube hier vorne müssen wir rein hier auch fahrzeuge umfahren würden und dann da vorne rechts irgendwo da hinten fährt sogar ein fahrzeug rum ein betonischer wir sind hier wir sind hier genau auf der Zeit ich kann einfach einmal drehen und dann war es das auch schon ich fahr jetzt hier einmal um diese concrete barriers rum einfach damit wir dann mit dem trailer ein bisschen gerader stehen so da wären wir im hafen von oakland sehr schön einmal abstarten und das war es sehbär liefere fracht zu einem hafen in oakland und einem hafen in san francisco perfekt gut dann sind wir jetzt bis 13 minuten ich würde sagen wir könnten noch einen job mitnehmen in dieser folge wenn du noch mal so kurz bist wenn du noch mal so kurz bist könnten jetzt direkt zurückfahren nach san jose ich glaube das nehme ich mal büroartikel von oakland shippers nach plasters und zons mit einem kombi trailer und einem westernstar nehmen wir doch mal dann wie immer wieder so wie immer wieder habe ich meinen sitz eingestellt und die spiegel und schauen wir mal kurz was wir hier haben zwei kleine trailer mit einem schönen westernstar ich muss ja sagen ich feiere diesen westernstar eigentlich sehr weil er sieht schön klobig und gross aus und das gefällt mir und wir fahren gleich mal los sind ungefähr wieder gleich viele meilen wie vorhin diesmal allerdings zu plasters und zons und eben in die andere richtung und daher wenn nichts dazwischen kommt äh ich bin mir grad nicht sicher ob da vorne der ausgang ist oder noch weiter vorne wir fahren mal lieber hier drüben lang äh ja wie gesagt wenn nichts dazwischen kommt sollte die folge nicht allzu lange gehen und dann haben wir zwei kleinere aufträge gemacht alter das sieht eng aus ok sieht enger aus als es ist jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr aufpassen da wir diese doppelt trailer haben da da meine das navi grad dass wir auf der rechten straße sind ok ist ja gut ich glaube jetzt hat es das navi kapiert yes turn right oh shit so da geht leider sind die spiegel hier auch ziemlich klein bei diesem truck das ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht turn left turn left turn left turn left turn right key right event tap right turn left turn right ich glaube hier ist es auch nicht 낯wisch dein Ja, ja, alles gut. Es bleibt immer noch sehr intensiv. Sehr schön. Immer noch echt grün für uns. Wow. Eine lange Ampelfase hier. Obwohl eigentlich nichts los ist. Ja, ja, alles gut. Und dann geht es eigentlich gleich den gleichen Weg zurück, wie wir vorhin eigentlich hierhin gefahren sind. Telefon. 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 Leider immer noch durch die Nacht. Es wird wieder schön das ganze hier am Tag zu sehen. American Alliance, all aboard! Und wie könnte man meinen, dass helles Licht hier in die Augen scheint als ein bisschen verdunkelt? Manchmal sieht es ein bisschen so aus, als ob man wie von dem geblendet wird und man so die Augen zusammenkneifen würde. Vielleicht auch was Neues? Das hier in der Grafik mit eingebaut wird. Deswegen enden sie vielleicht die ganzen Lichter. Ah shit. Eine Baustelle vor uns. Das heisst links kommt rüber. Und zum Glück sind wir hier nicht rechts in dieser Kolonne drinnen. Sonst würden wir viel langsamer fahren. Sonst würden wir viel langsamer fahren. Oh shit. Und da hat man es vielleicht mal gesehen. Alles wurde irgendwie dunkler um uns herum. Und ich konnte nicht erkennen, ob da was links von uns ist im Spiegel. Was es natürlich nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Mit diesen kleinen Spiegel zu sehen, ob da eben was ist. Das war gerade ziemlich fies. Und dann hier vorne noch einmal rechts abbiegen und dann links und dann sind wir auch schon wieder da. Ich glaube da es ein Doppeltrailer ist, können wir da einfach vorwärts hinein fahren. Mein Blaster und sonst ist ja meistens ziemlich eng vom Betriebshof her. Jetzt sauber. Wir sind hier. 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 Wir sind hier.